Hallo Musikern! Hallo! 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 Cornelia! Uns kommt auf den Dach ein bisschen mischen. Und ja, ein langes Vlog morgen sehen. Ich bin langlos, ich darf abkommen. In unserer Kurszeit wird uns 8 Wochen mehr dabei schon aufgehalten, wenn wir uns Garniers. Komm ins Garniersom. Oh mein Gott! See the light in others and treat them as if that's all you see. Hey! Und ihr so... Drrr. 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 Bannwyl. Drrr. Das wird ein Fan sein. Wir werden ein bisschen Koffi trinken. Wir sitzen in der Luft. Ich muss nicht sagen, dass ihr nicht in der Luft sitzt. Hier sieht man so viel in der Luft. Was machst du? Ich habe die Zuse. Ich werde meine Scheisse ansetzen und wegverkehrt von Publisiteiten. Ich habe die Zuse. Ich habe die Zuse. Ich habe meine Kau. Ich habe die Zuse. 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 Das heißt, was ihr braucht. Ein Pann. Ein Pissangbrot. Das könnt ihr bei Anti-Wool-Wurst kaufen. An die Wuhe ist die Zuse. Ich kann sie selbst machen. Die Ender, was ich jetzt hinterher. Ich habe Pissang gebraucht. Was ich jetzt in die Pann? Sizzle, Sizzle! Mal sehen die Pann und ein bisschenat. Dann brae ich die Bacons. Ich brae die French Toast. Ich braue die Pissangbrot. Du machst die Pissangbrot. Du machst so ein French Toast davon. Du Caramalialisier deine Pissangs. Und dann bist du bereit! it's ok? Yeah, CONNELIA ist auf HEYTED, bei der מא�-ک Since! Wir wissen das nicht, das ist ein prätiges Person, ich weiß nicht, das ist ihr hinterher. Die steht an unsere Hausie! Die Kamera, ah, die Kamera ist auf unser ecosy motivated ausnousy. Die ist so ehrlich zu deremplo Bobbymann. Die ist anniversary auf das Ergebnis. Einer hat mich in die Luft mit der Kamera, okay, Cornelia ich an mir Elvis mata, anders sollte ich eine Glück machen. Okay, ja, ähm, note yourself, don't vlog and drive. Don't vlog and drive, it's very dangerous. Ja, selbstverständlich kann es sein, und es ist 100% über was Models zu tun. Und, ähm, ja, es ist möglich, wenn es so perfekt wie es ist, was sonst mit ihr aufhören mag. Ja, nein, man kann auch noch nicht behalten. Denn, ihr denkt, wie ist es eine Person, dass ihr so froh ist. Ihr könnt ja auch, als man so gut ist. Das ist nicht... Das ist ein von unsere Dinge, und die Leute verstehen nicht. Sonst denkt ihr, dass ich viel mehr wie es ist? Nein! Mann, ich... Was, was? Wie soll sie mich so gemacht? Was geht ihr? Hm. Das ist mein Leben. Tschüss. Ja,CO wat ist eine Auchin? Das ist mein Leben. In ein Traum, Rebeck, ja, naaam. Wann, wie soll ich hier die kant kommen? Ein bisschen aufweist. Hallo, ja, hallo. Oh, ich kann mich jetzt mal rechts gehen, bitte. Danke, ich warbeer. Also, ich hab's da. Okay. Hallo, ich kann mich hier, bitte. Hallo, kann ich bitte drei Schaim-Koffi schreien? Dürfen? Drei Schaim-Koffi. Drei mehr Koffi? Nee, Schaim. Schaim-Koffi. Dekmal, wanne? Mehr die größte is. How many, three? Ja, drie Schaim-Koffi. Is that all? Das ist da, nee. Ich kann mich da sein, nee. Das ist voll aufweist. Wenn wir uns kommen, reage und besser mit Donalds, was das nicht so helfen, Nein, das ist egal. Was wollt ihr von mir? 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 Das ist so lustig. Ich bin so gut, du bist so gut. Aber ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. So will ich dir einen Lieferstand? Und ich bin so gut. Immer? Immer. Ich bin so gut. Du bist schön. Du bist so nett. Du bist so nett. Du bist so nett. Ich habe wilde Leute gesehen. Du bist so nett. Das ist meine Nucke. Ich bin so nett. Ich bin so nett! Ich bin so nett. Das ist meine Nucke. Das ist es, meine Nucke. Das ist es lieb. Sieh starke Zedelung ... Ich schuze meine Platte. Ich weiß, dass ich auch meine Agne habe. 6 1⁄2 Stunden später You are a diamond, a rose, a pearl, the most stunning of all God's creation. You are worth more than you could ever imagine. You are worth more than you could ever imagine, but you are not worth more than you could ever imagine. Merk, Merk, Setti, Merk, Setti. I am on the left side, at a restaurant. And you have to follow my site on the tofu. So... Merk, Merk, Setti, Merk, Setti, Merk, Setti. Okay, so what are you busy doing? Following you on Instagram, I guess. Yeah, okay. That's what I am doing. Yeah. That's what I am doing. Okay. It's really nice to see we are hungry from us. It is time to eat some and eat some of the things that I am hungry. So, it's actually a food way. I mean, you can eat some and eat some a thing. It's really healthy. And it's really important. I don't know. I don't know what I want. I want to eat. I don't know if I want to eat some food before you eat some food. Yeah? I want to eat some food. But I don't know if I am hungry. I don't know if I want to eat some food. Hier, 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 ich kann nicht. So, ja, wenn ich jetzt kiegeloet ist, dann ist es gut. So, das ist oft nicht so, ja. Ach so, ich probiere, bestehend ein Vlogger bestehende Zeit. Ja, ich habe jetzt alle Make-up an und ich habe noch ein Gehirn-Himp an, denn ich bin so ein Malware-Mostert, so ich muss nicht. Ich bin jetzt auf dem Weg, denn wir sind jetzt um ein Film zu shooten, und ich bin ein bisschen Act. Ich bin sehr excited. Ich denke, dass Leute in die Karte gucken, weil ich Vlog so... Ich bin mir gerade dran für das. Ja, ich bin ein bisschen von Ihnen wissen, was es behind the scenes und was noch was noch auf. Ich bin eine gute Frau. Ciao. Was ist die Charakter-Skill hier heute? Was ist die Charakter-Skill hier heute? Die scenes. Ja, das ist toll. The ring back. Action! I'm sorry, Niki. It is the cause of him. I can't look at me like this. Leave the ring here, meh. Okay, cool. Leave the ring there, so then I take it. Always right. Always right. Keeping the ring. I'm still married. Do you want me to call our psychiatrist? I already spoke to her. I just said the only way to get through this is to go through now. You can't. I just have to be and look pretty. Yeah. And clap my hands every time they do something, guys. Good job, guys. Good job. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith. You put me to tears. It won't happen. It won't happen again. Thank you. I'm tired. Oh, no. Are you enjoying yourself on the set? I am. That's great. It's quite funny. How's the microphone work going? How are you feeling on this set, my man? What do you want to do there? What do you have for me? You look real beat up. Thank you. I appreciate it. Thank you. It makes me want to call the helpline. What helpline? Maybe he's helpline. Nobody can help me. He loves me. And he means well. Clearly. How does your face feel? Look what you did to her. Look what you've done. This is nothing compared to what I've been through. You. Okay. Let's go for this. I know. I never knew that you were abused. You know. I already talked to her. And she said the only way to get to this. Is to go to my father. And to talk to him. And I love you. And I love you. I love you. Oh, like a close up. Okay, cool. How did the shoot go? What shoot? It was very good. What? This was good. This was good. Well done, Lisa. Yes. Yeah. Well, this was how my day was. I don't know. Bye. 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 Vielen Dank.